Simon, Chef, Kopf, Gründer der Blockhelden, kreativer Kopf, wie kann es sein, dass du auch noch die Logos aufrubbeln musst? Ich mache eigentlich immer den Wettkampf komplett alleine. Okay, wir sehen, also die ganzen starken, richtig starken Jungs haben immer Glatze und Bahnen. Heute beim Cup, Ziele gesteckt? Man muss dazu sagen, Flo ist immer in der Massephase, wenn ich ihn frage, warum er gerade nicht hart bouldern kann, wenn ich stimme. Ja, Ziele für heute? Ziele habe ich überhaupt nicht. Also sagen wir mal so, heute ist eigentlich nur Just for Fun. Ziel ist eigentlich heute, sehr viele Bratwürste zu essen, ein bisschen Bier zu trinken. Das ist mein größtes Ziel. Ansonsten wirklich, wie schon gesagt, Just for Fun und für die Athleten da zu sein. So, zurück bei unseren Profi-Athleten. Was ist passiert? Du wolltest ja ein hoher Jahr im Finale abziehen und... Ich bin irgendwie nur Platz 115 geworden. Das ist alles eine riesengroße Verschwörung. Ja, aber es ist auch ganz knapp am Finale vorbei. Platz 115. Super knapp. Manchmal funktioniert... Also die waren absichtlich gegen mich geschraubt. Ich bin irgendwie nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020